Und so lebe ich praktisch bis heute im Wald und habe den Schutzanzug nicht 24 Stunden an, weil das mega unbequem ist und mega heiß. Also ich schwitze da drin, das könnt ihr euch denken. Also es ist mir mega unangenehm und ich ziehe den an, wenn ich zum Beispiel zu Veranstaltungen gehe, so wichtige Vorträge halt und trotz alledem, trotz Schutzanzug, auch wenn ich das Netz jetzt zumache, ist es für mich so anstrengend, dass ich zwei bis drei Tage im Bett liege. Also den Preis bezahle ich, mein Körper fährt komplett runter, das heißt, ich verliere jegliche Kraft und noch kann ich stehen, das kann ich heute Mittag, wahrscheinlich geht es dann abwärts und bis der Körper regeneriert ist, kann es bis zu zwei, drei Tage intensiv, meistens mit Bett und dann bis zu einer Woche dauern, dass ich praktisch das Nächste wieder machen kann. Das ist für mich eine große Herausforderung, so eine Veranstaltung anzunehmen, aber ich nehme sie an, wegen euch, mir geht es um euch nicht. Mit mir ist es schon, ja. Mit mir ist es schon in dem Punkt zu spät, aber ich hätte mal viel früher mit dem Handy aufhören sollen, darum empfehle ich jedem wirklich, schmeißt diese Dinger weg. Ich kann es euch nicht besser sagen, tut diese Dinger rausschmeißen. Jeder wird seinen Weg finden, wie er damit umgeht, aber ich kann es euch nur ins Herz legen. Und was ich hauptsächlich mache, wenn ich nicht mal hier bei euch sein darf, am Wochenende, unter der Woche mache ich sehr viele Schulvorträge, ich gehe an Schulen, weil die Kinder am meisten gefährdet sind und denen sagt es keiner. Die Industrie nicht, da kommt nur Werbung in den Mainstream-Manien, es kommt nur Werbung, wie toll ein Handy ist und am besten hat jeder fünf. Wir haben jetzt schon mehr Handys als Einwohner in Deutschland und, naja, also ein Riesenproblem und die Kinder sind im Wachstum, die haben eigentlich keine bis wenig Chancen, das ist das Problem. Also wir sind soweit, wir haben führende Ärzte, wir haben führende Wissenschaftler, die sagen, rette sich wer kann bei dieser Technik. Interessant, die Merkel-Regierung sagt, Mobilfunk ist ungefährlich, das Bundesfinanzministerium sagt, Mobilfunk ist gefährlich, wer sein Haus abschirmt, kann es von der Einkommensteuer absetzen. Also da gibt es ganz interessante Widersprüche innerhalb der Regierung.